Fischer im Sommer wäre wahrscheinlich ein bisschen kuscheliger. Kann jeder. Im Sommer fischen wir ja nicht. Da ist mehr Schaden, wie die Sache wert ist. Unsere Zeit ist die kalte Jahreszeit. Das ist geil. Das ist so richtig geil. Bevor es aber losgeht, schippt Azubi-Brine noch das Wasser aus dem Kahn. Regenwasser kam also von oben, nicht von unten. Die Königin kriegt bei uns immer einen Thron. Da siehst du, ich bin die Königin. Wohl eher die Eiskönigin, denn es ist wirklich frisch. Los geht es, ich bin mit Fischer Ulrich Kulawik unterwegs. Wir kontrollieren jetzt Reusen, also Netze. Genau. Ist da jetzt was drin? Wir haben eigentlich kein Wetter. In der Nacht war es Windstil in den letzten Tagen. Jetzt hatten wir ja keinen Wind am Tage. Besser ist, wenn immer Wind ist. Mehr Wind bräuchte ich persönlich jetzt nicht. Mir reicht der Fahrtwind. Kulawik bewirtschaftet neben dem Süßensee hier auch noch den Kernersee. Es schaukelt auch so ganz schön. Das Ding kann hier aber auch nicht umkippen. Auch bis jetzt noch nicht mehr. Zu denen möchte ich mich jedenfalls nicht gesellen bei 5 Grad Außentemperatur. Aber viel ist nicht drin, oder? Nee. Wie gesagt, wir haben keinen Wind. Keinen Wind. Und jetzt läuft auch die Saison langsam aus. Na ja gut, aber immerhin haben wir eine kleine Ausbeute. Nur wer ist hier was? Ihr wollt jetzt, dass ich Fische sortiere. Korrekt. Aber ich erkenne die überhaupt nicht. Wir erklären dir das halt. Ein Hecht erkennst du doch. Der hat so richtig einen Entenschnabel. Siehst du das hier? Na klar erkenne ich nicht. Den hast du ja bestimmt schon beim Fernsehen gesehen. Die Gestreiften, das sind Barsche. Flussbarsche ist das in dem Fall. Und der kommt jetzt? Ja. Wohin? Schön vorsichtig. Denke dran, das sind keine Kartoffeln. Ja, aber wo soll der jetzt hin? In See, in See. Die sind aber ein bisschen schlüffrig. Schlüffrige Scheißerchen seid ihr. Ja. Die haben nur keinen Griff. Ja. Wäre auch nochmal eine Erfindung. Ich hatte hier doch noch einen gesehen. Wo ist er denn? Da, 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 da. Diese Burschen sind uns heute nicht ins Netz gegangen. Aber sie sind vor allem jetzt der Renner auf dem Fischerhof. Karpfen natürlich. Wunderschöne Farbe. Sieht gesund aus, der Bursche. Typischer Spiegelkarpfen. Das sieht man da. Der hat bloß noch im Prinzip eine Schuppenreihe oben und unten am Schwanz. Also, tolle Geschichte. Und im Prinzip frischer geht es nicht. Und die letzten zwei Wochen, da herrscht hier im Hochbetrieb? Ja. Früher standen sie Schlangen bis draußen vor dem Tor. Das haben wir mittlerweile alle schon regeln können. Wir haben jetzt ein Bestellsystem heutzutage. Ja, also, die können vorbestellen, die Leute. Das machen wir dann nachts fertig, damit die dann früh rechtzeitig ihren Fisch bekommen. Denn die Fische werden auf dem Hof auch servierfertig gemacht. Also, entschubbt, aber auch filetiert und entgrätet. Und guck mal, die nehme ich mit fürs Portemonnaie. Bringt Glück. Glücklich würde mich jetzt noch ein frischer, heißer Fisch machen. Oh, den haben wir uns jetzt aber auch verdient. Und wenn Sie auch mal Lust haben, ganz frischen Fisch zu probieren oder einfach mal zuzugucken, wie das Fischen funktioniert, dann schauen Sie morgen hier am Kernersee vorbei. Denn dann wird hier ein Schaufischen veranstaltet unter Corona-Bedingungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und den Anfang des ZDF für funk, 2017 Digitus auf, dixens, imck.